du musst einfach nur vier Räder auf den Boden hinkriegen, fertig ist zwei Räder ist einfacher als vier Räder oder vielleicht ist es noch zu verbuggt ja, hat man gerade gesehen, Mann, bei mir da bist du nur leicht geflogen, wahrscheinlich nur leicht, willst du gleich sehen ich habe es ironisch gemeint, natürlich, Alter Alter, wie lange muss ich noch hin? da kommt der Fluss zusammen Moment ich bin gehuntet, wahrscheinlich wie lange muss ich noch laufen? ich will nicht mehr sterben ich bin gehuntet, leck mich am Arsch Zombie habe ich nicht gesehen ist das du? nein, was ist das? Daniel? ja Moment, ich muss den Weg schlagen das ist ein Zombie wie lange muss ich noch rennen? Moment, hier sind Zylinderblöcke oder so Nein, es sind Blöcke, die brenn Töööö Ja, das ist nicht gut essen, zylinderblöcke kann auch gut heißen oh, guck mal, wir sind nicht mehr weit imBlät vom knitStar wir sind ganz viel Zyndler oh, ich hör da hinten, Biene Mist, ich schreie dir mal entgegen Wieso? Ja, weil ich auch gestorben bin Und nicht zurück will, weil dort Zum bisschen keine Biene Was ist? Hä? Angeblich Habe ich da hinten schon ein Haus Ach, ich muss nur zum Backpack rennen Ja, da, ne? Ja, bitte Soll ich, hör ich schon eine Biene oder weiß auch nicht was Ja, weil hier eine Biene ist Oh, da heißt ein Polizist Bleh Gott sich nicht anbetten Alter, ich muss über Schutzt Das kommt doch nicht zu sein Ich bin erschrocken und runtergerannt und habe meine Beine schon wieder gebrochen. Ich schwöre, ich breche mir die ganze Zeit die Beine. Wo bist du? Ich bin in deinem Biom. Oh Gott, das ist wirklich ein Polizist. Ah! Das ist doch ein Polizist. Du bist mir vorbeigelaufen, Hund. Einfach nach Hause. Ja, warte doch auf mich, bitte. Ich bin hinter dir. Hier sind zwei Bienen, was soll die Scheiße? Boah, ich renne einfach nicht. Ich höre die ganze Zeit Mustache. Mustache, hä? Ja, so Flüsse. Mustache, Mustache. Bart, Bart. Bart, Bart, Mustache. Oh, ein Mustache. Wie lange muss ich noch hier hinrennen? Da vorne ist es, oh mein Gott. Erleichterung. Ich habe gebrochene Beine und... Baldienst blind. Ich lasse mich umbringen, ganz einfach. Gebrochenen Beinen lässt sich nicht gut spielen. Das ist ein Zombie, den ich entficken kann. Achso. Ja, hier ist eine Höhle. Okay. Geh in die Höhle runter. Nein. Der Zichter, der könnte ein Zombie sein. Ich weiß. Ein Zombie läuft mir auch gerade entgegen. Au. So, hä, feiten wir es so? Ja, ja, gleich eins aus Mali. Ja, 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 komm. Ja, 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 fresse, ja, ja, ja. Auf mich doch, wenn du kannst und, ähm, komm. Ei, ei. Vielleicht kommen wir auch noch ein bisschen zu früh. Das ist zu schwach, ey. Ich fahre gerade ein Zombie Geil Jetzt sprich Jetzt war ich auf dem Zombie drauf Du hast ihn geritten also Genau er macht mir jetzt Kopfschmerzen Wenn ich tot bin Ah ich hab Kopfschmerzen Ich bin tot Ok gut ich bin wieder beim Bett Hab mich nach Hause gecheatet Zwar weniger Leben aber Das nehme ich in Kauf Wenn ich da Mal nach Hause kann Ohne dass mir Zombies Ich werde wieder ausgerastet Hätte ich jetzt die Beine gebrochen Äh Wo bist du? Kannst die Zombies mal Ah du hast deine Sachen Nicht oder? Warum noch nicht alle Sachen hab ich Aber ich hab nen Bogen schon mal Mit Fein Wer ist wenn man erst ne Trapdoor baut? Hm? Wo baut man hier ne Trapdoor? Sag mir das bitte Äh unter Buildings also wo man Sachen bauen kann Oder da guckst du einfach Wurden Oder wie das noch heisst Trapdoor Ey ich war die 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 KI von Zombies ist noch so undurchdacht Wie wärst du denn mit dem Schiff? Äh er ist auf dem Baum drauf Äh auf dem Hügel drauf Ich schlag mal gegen nen Hügel Vielleicht kommt er runter Die Logik Ich baust ne Tür weißt du was? Leck mich Er baue ne Tür Dann können die nicht drauf Auf alle seien immer raut da Und dann machen die immer so Yeah Komm mal runter äh rauf Oh Junge Noch schnell 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 Mann wieso drehst du dich noch falsch? Ich kann ihn nichtmals platzieren Amka Ach wende Komm hier hin Komm hier hin Ehrlich Ich hol mal Ich versuch mal meine Tasche zu holen Ähm Drei Köpfe auf Drei Oh mein Gott Ist das nicht meine Tasche? Das war meine Tasche Nein das war meine Tasche Das war meine Tasche Ich hab jetzt keine Tasche mehr auf dem Radar Das war schon vorher weg Nee Pass auf dass du nicht runter willst Nein 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 Oh 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 Ich hab meine Beine nicht gebrochen Was für ein Wunder Tom ist natürlich runtergesprungen Logik Das macht Sinn Das wird dich nach Als Zombie natürlich auch machen Ach so braucht man ja nicht Die nach Leih mit Shift kann man alles schnell aufheben Mach doch einfach take all Heavy get take all Ah wenn du ne Kiste bist Weißt du Ah das weißt du wahrscheinlich schon Also Ich fang glaube an mit Ausbau Ja dann das würde ich empfehlen Oder wir suchen zuerst Werkzeuge Und dann fangen wir auch An den Hausbau Was vielleicht mehr bringen würde Weil Ja Weißt du schon Abbauen und so Ich brauche einfach einen Ofen Ich brauche einfach einen Ofen Hä What Ich sag dir das Meine Sachen aufnehmen Guck mal jetzt kuscheln wir Nein ich hab deine Sachen nicht aufgenommen Komm kuscheln Mein Bett ist nicht dort Mein Bett ist dort hinten Also ich geh mal in die Stadt ne Kommst du auch mit Benderna Ne Doch Benderna Dann kommst du auch in die Stadt Von da hinten bin ich gekommen Ey In der Kiste Willst du mich verarschen Ich hab's gar nicht aufgenommen Du hast es aufgenommen Ich hab's ganz genau gesehen In Ernst Ich kann's Ich kann sogar Ja Ich nehm jetzt das Alkohol Wollen wir losgehen Wenn ich keine Waffe hab Was soll ich da schon machen Gut Wahrscheinlich Hab ich auch wieder Weißt du was Ich glaub wir neigen uns auch schon zum Ende zu Vom Video Was sagst du Ja Bei mir Ich hab wahrscheinlich schon wieder Zorn